haha mit dieser waffe bin ich quasi gott die haut dermaßen rein alle säure waffen sind jetzt sind jetzt einfach von der tiny dina pass mal auf das ist jetzt einfach so die hatte jetzt verstärkt ganz einfach das ist guck mal 12 prozent da kannst du aber da kannst du nämlich noch mal 5,2 prozent zuschlagen zählt das als prozent auf die prozent oder sind das die prozent generell also sind das denn 17 oder was ich denke man das wäre natürlich geil so was müssen wir machen ach ja blumen sammeln und borne hefte lecker ich bin verpflichtet dir zu sagen dass ich kein richtiger arzt bin hier könnt ihr haben Jetzt knallt's hier nämlich. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Zeit zum Snipen. Hä? Alter, was ist denn das? Wee! Dupdi-dupdi-dum, wöp. Ähm, aufs Mackelkirn. Hier, kannst du an. Hehehehe. Äh, was ist denn mit dir? Du bist so'n komischer Zwerg! Einfach zerfleischt. Ja, aus dir mach ich Brust und Keule. Hä? Was ist denn mit denen? Mitten im Gefecht? Und die gehen einfach wieder. Guck mal. Du scheiß Wanst. Nein. Wir sind ein Cyborg. Ich glaube, das schmeckt dir nicht. Glaub mir mal. Doch! Aha! Verstehst du? Ja? Hä? Mann! Das gehört nicht dir. Der ganze Loot gehört mehr. Mwaw. Höchst jetzt. Guten Tag. Was wollt denn ihr? Das ist nix. Das wird geil. Los, töte ihn. Willkommen zurück. Na, war irgendwas nü? Oh. Ihr könnt mich mal. Und selbst wenn ihr mich hier killt. Geil. Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Komm ich immer wieder. Versteht ihr das? Das ist Borderlands. Das Spiel der Götter. Ohohoho. Ja, ist ja so, gell. Ah. Oh, wie der... Die Waffe ist zu ungenau. Komm her. Boah, die Soße. Auf Entfernung sind die alle sehr ungenau. Das geht mal noch. Aber das ist schon wieder zu weit weg. Ich snipe. Ja. Du griffst damit nicht. Und nehmt meine Stärke in euch auf. Welche Stärke? Guck doch mal deine Arme an. Hab ich ja mehr Muckis. Was ist denn mit dem? Hä? Was ist denn das? Da ist doch nix. Alter. Was muss ich denn hier machen? Hä? 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 Hier? Hier ist nix. Hä? Ich hab ein Bornraft gefunden. Oh, mein Leben hat einen Sinn. Aber hier ist nix. Guck mal. Hä? Wo denn? Hier oder what? Wo denn? Nee. Unter der Brücke? Nee, hier geht's nicht runter. Ach, in dem Bereich. Passe mal auf. Das kann hier überall. Hier oben, hä? Da komm ich rein. Mit der Mutti. Hier. Pass mal auf. Das ist hier oben. Stimmt. Das sind wieder so Bereiche. Jetzt kannst du wieder... ...wieder Geld mitnehmen. Gib mir die kleinen Schmutzhäftchen. Da. Hui. Oh. Und schon legt er los. Jawohl. So ist das Leben. Das ist nur der Wahrheit. Und Frauen sind genauso. Wenn's juckt, dann juckt's. Hier braucht keiner mehr mir irgendwas erzählen. Ja, ich will's haben. Büss. Gemärtsig Pornohäfte. Guck. Guck. Kann man da hoch? Nee. Oh, jetzt kommen doch die Dicken wieder. Na, mal sehen, ob wir sie diesmal besser wegkriegen. Nein. Boah, ist die ungenaue. Boah. Hallo. Ja. 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 Gib mir die Fändische. Oh, nö. Jetzt kommen die Dicken. Wart mal nach, meine Gute. Jetzt werde ich euch zerstören. Ich rüste die mal aus. Ich will jetzt hier mal so eine schöne, fette Mutti haben. Jetzt knallt es hier nämlich. Pass mal auf. Ich würde es mal probieren. Wann spiele ich denn hier mal mit Raketenwerfer? Scheiße, dass wir nur so wenig Raketen haben. Du Piss, Birne. Echt mal, das ist doch scheiße. Das ist richtiger Drecksmüll. Oh, 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 oh. Ich muss mal kurz weg. Lade mal nach, meine Gute. Das sind schon harte Gegner. Wir müssen uns mal heilen. Äh. Die sind schon hart, gell? Aber so hart nun auch wieder nicht. Boah, hier. Jetzt knallt. Boah, Alter. Warum? Boah. Ha! Boah, ist das scheiße. 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 Was ist das denn? Scheiße. Oh, ja. Wer ist das, Rack? Oh, Junge. Oh, was ist denn das mit der Mödie? Oh, ist das scheiße. Gib mir mal hier den Aladin. So. Hä? So, jetzt. Meine Fresse. Jetzt bin ich auf das Geld gespannt. Das ist halt gut bei denen, gell? Oh. Nee. Ah, du ecklischer Scheiß-Motte. Was ist denn mit dir? Oh, gehen die mir auf dem Mödie? Na, endlich. Zu Aladin. Ah, Müll. Scheiß Schuttgart. Ja. Ja. Okay, aber die kriegt man schnell. Gucken wir mal. Hier. Und da drüben sind die anderen. Da, da, da und da. Hä? Ach, das kann ich jetzt noch nicht. Vielleicht mit Explosiv. Vor allem muss man es mal probieren. Lade erst mal in Ruhe nach, meine Güte. Nee. Jetzt sammle ich ja Blumen. Das ist doch wie bei Gotterfarm. Wie ist ein Schaumkott? Klar. Da kotzt der ab, weil der Blumen sammeln muss. Das ist so gut. Das habe ich so gefeiert. Hä? Besorge Nahrung. Was? Was ist denn mit der? Ah, hier. Mh, warte mal. Mit Schock vielleicht? Nee. Ich werde nie mal lieber das. Moxie-Pizza. Hä? Das sind zwei schöne Stücken Pizza da. Hallo. Na, wie geht's denn dir auch? Nicht so gut, wie ich sehe. Ah! Ich hab die Schweine. Ich mach dich gar mit. Verstehst du? Ja. Oh, nö. Ich hasse die Babageis hier. Oh, ladet nach. Oh. Jetzt ist hier oben die blöde Pizza. Willst du mich verkacken? Äh. Meine Güte, hüpfen wir da hoch. Bitte. Oh, muss ich jetzt von da oben da runter hüpfen? Du Aladin. Was ist denn das? Du blöd Mann. Äh. Oh, nö. Ey, da nervt. Immer feste Triff. Zerklöp mal seinen hässlichen Körper. Zum Mus. Mann. 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 In diesem Spiel sind wir eine männliche Hade. Ich bin. Nö. Wie kommt die Pizza hierher? Oh, nö. Ich nehm das Geld von deinem komischen hässlichen fetten Bruder mit. Verstehst du das? Du ekliger. Äh. Jetzt muss ich irgendwie hier hoch und da runter hüpfen. Wie komm ich denn da hoch? Gar nicht. Du blöder Aladin. Hier vielleicht. Ja. Äh. 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 Boah. Das schaffe ich doch nie, da drauf zu hüpfen. Du blöd Mann. Wo ist denn das? Wo ist denn die Mutti? Hier. Äh. Äh. Fall mal runter wie so ein Stein, meine Gute. Brrrr. Wie es aussieht, hast du alles, um Laini eine Gegengehirnwäsche zu verpassen. Äh. Ist doch so, oder? Äh. Äh. Ja, boah. Jetzt einfach mal so. Lade. Fuckin' noch. So. Verpasse Laini eine Gegengehirnwäsche. Äh. Jetzt schickt der mich bestimmt in ein anderes... Ach. Der schickt mich in ein anderes Spiel. Da bist du jetzt acht Wochen unterwegs. Das ist doch wieder die Wahrheit. Äh. Nö. Äh. Kann ich mich da nicht in ein Teleportieren? Nee, gell? Naja. Dann. Mach ich eins. Ich spanne einfach dort oben. Äh. Ja, ich hätte ja auch den Weg hochlaufen können. Ah. Ist egal. Uuuuuh. Ähm. Oh, jetzt brauch ich erst mal so eine Mutti hier. Tja. Slaughter-Haus. Waren wir da schon drinnen? Was ist denn das? Da guck ich dann mal rein. Äh. Das ist doch wieder so eine langweilige... Arena. Was ist das? Da kamen wir her. Slaughter-Haus? Und was... Nee, das ist der Wegpunkt. Auch. Okay. Halbtot? Ah, das kriege ich wieder hin. Deine Mutter kriegt was hin. Hahaha. Da. Äh. Versuch nicht zu sterben. Nö. Versuch doch erst mal ein Arzt zu werden. Ohohohohohoho. Blöder Wechser, Alter. Schneide dich. Hä? Hä? Das ist meine Beute, du blöd, Mann. Äh. Äh. Was ist denn mit dem? Alter. Okay, du willst spielen. Hallo. Dann spiel mal damit. Okay. Ich hab dich einfach zerschmalzend. Oh, was bist denn du für eine scheiß Mutti? Ja, haste, weil du einfach nur nix bist. Was ist denn das bitte für ein Rucksack? Oh, so einen Rucksack will ich auch. Der verlebt alles. Ist aber an den Körper gebunden und löst sich dann auf. Ist ne Symbiose. Hahaha. Jetzt knallt's hier nämlich. Jetzt machen wir hier einen Zugriff. Verstehst du das? So, mal sehen, was das für ne komische Mutti ist, die der so scharf findet. Bestimmt irgendein Skek oder irgendwas. Hä? Wo sind die? Pizza? Wie aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Na also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Was glaubst du, warum ich hierher abgehauen bin? Nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Anmache sicher. Wenn ein Scooter dich geschickt hat, dann musst du sterben. Einfach Kopf auf die alte Mutti. Das ist der Teufel, diese kleinen Kerle. Stehen Lenni jetzt auch Pfingstlinge? Das halte ich nicht aus. Mach diese Zwerge, Zwerge. Zeig mir die mal. Mach die Wands, da mach kaputt, mein Guter. Oh, du scheiß Lenni-Bit. Ich zerschmier dich. Du dreckst Wands. Das war brutal, DT. Ja, du warst der Beste. Gib mir eine Wimme. Du Mutti. Warrior. Schön. Jetzt will ich mal gucken. Hä? Ne, hier lang. Ja, geht's noch weiter? Das kenn ich noch nicht. Oh, nö. Was ist denn mit dem? Hallo. Tunnelratte. Das klingt doch wie bei Fallout 3. Die sind doch ohne Tunnelratten, ne? Die komischen Jugendlichen hier. Lad mal nach. Ah, ne. Ah. Was? Hui. Ja, für mich. Ja, wir sind die Besten. Mach mal deinen Zauberstrahl. Ja, gut. Du stinkst wie Scheiße. So ein braver Junge. Ja, so ein braver Junge bin ich. Ah, ah. Jawohl. Schneid die mal. Schneid die mal, bitte. So, schneide die. Du musst die schneiden. Schneid... Soll das ja sein? Hier ist doch nichts. Äh. Oh. Genau, du Mutti. Ich nehm jetzt ne andere Waffe. Ich nehm jetzt... Also die fliegt demnächst raus hier. Und ne Sniper könnte ich auch schon wieder mal ne Bessel gebrauchen, gell? Verstehst du das, Spiel? Da brauchst du ja gar nicht rumheulen mit deiner Mutti. Ah. Äh. Mach mal die Statue kaputt hier. Okay. Oh, hier. Du ekliger. Ja. Was ist denn mit dem? Ist doch nix. So ne scheiß Elektrokugel. Da ist nix. Das ist doch ein Witz. Ja, deine Haut. Ich brenne sie dir weg. Mach nichts gefressen. Na, dann frisst man die scheiß Kugel hier, du Aladin. Konstanz. Doch. Oh, doch. Aha. Aha. Einfach die Augen rausgeschmiert. Oh, hier. Der denkt, da ist jetzt was. Bist du was? Machst du nicht. Jetzt knallt's ja nämlich. Oh, wie. Nein. Nummer 1000 lebt. Ja. Ich bin Gott. Ah, das ist geil. Kann man ich gut auf. Meine Güte. Selber schuld. Du komische Hackfressen-Mutti. Kannst du mal schön deine Mutti ankotzen. Da ist doch nix. Mach mal den Willi hier kaputt. Was ist denn das? Müll. Ah, gib mal ja. So eine blöde Anpassung hier. Bestimmt wieder so eine Schwuchtel-Lackierung. Das geht jetzt nämlich los hier. Ah, gib mal noch so ein Schluck Eisdäher. Ist hier auch Kaffee innen drin? Du Mutti. Ne, haufenweise Chemie aus dem Umbrella-Labor ist da aber drin. Ah, ist ja gut. Blö, blö, blö. Wir graden uns heute ab. Oh, ja. Oh, was ist denn mit dem? Sag mal, bist du noch ganz richtig? Du Aladin. Du Aladin. Ja, wie will ich? Bäh. Schmier mich nicht voll, während du verreckst. Du dreckiges. Behalt mir dein Schmierer für dich. Du egelhafter Kotnascher. Erotika dich mal hier hoch. Oh, ja. Oh, du bist doch nix. Könnt ihr haben, könnt ihr haben, lalalalala. Hey, guck mal, wie die Grafik hier in dem Level, das ist mir schon mal aufgefallen, das letzte Mal, wie die hier ein bisschen runtergesetzt ist. Siehst du das? Ganz komisch. Ist das irgendein technischer Programmierfehler? Programmierfehler. Wir verkaufen hier alles. Lad mal nach. Für die Heilung. Wo soll denn das hier hingehen? Okay, da ist immer irgendwas drin, gell? Äh. In den komischen Fritz hier. Ist doch immer derselbe. Haben die den geklont und dann eingefroren? Okay. Naja, kommt doch ein Boss. Ich hör doch schon was. Jetzt pass mal auf. Jetzt kommt ein Digger. Nimm mal das. Nimm mal das. Ey, die Granaten sind so klasse, gell? Och hier, kannst du haben, du Aladin. Und schieß dem einfach die Maske vom Gesicht. Bäm. Blöd, Mann. Oh ja, der Dreckswanst. Ey, die hat Flächenschaden, gell? Ist mir mal aufgefallen. Mit Blitz. Ein nettes Spielzeug, was sich jeder zu Weihnachten wünscht. Verstehst du das? Verstehst du das? Bei dem Spiel muss man es kallieren. Das ist einfach so. Ja, gib mal die 2 Dollar. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Crystal Claw Pit. Das ist doch nichts. Ist hier was? Ja, da kommt doch ein Boss. Oder? Welcher Kaschimme? Da hinten kommt sie. Habt ihr euch versteckt? Du Blöd, Mann. Ich werde euch hier erwarten. Lade verfickte Scheiße nochmal. Die geilste Waffe der Welt nach. Du Blöd, Mann. Ich habe Zeit, dich zu töten. Nein, voll in die Fresse. Hey, weißt du was? Kannst du haben? Du Aladdin. Ich bin der Rache-Gott von Pandora. Du bist pressend dumme Arschlach-Wichser. Ich sauge eure Seelen auf. Ich fress euch wie Smarties. Kannst du wissen? Nein, nein. Nein, nein, nein. Du Fresse. Du bist doch nichts. Meine Güte. Das kann ich auch. Du primitiver Einzeller. Zellhaufen. Drecksvieh. Amöbe. Du bist nichts. Scheiße, Ameisenvieh. Geh doch weg. Jetzt kommt hier wieder einer ausgeschmiert und geheult. Pass mal auf. Komm raus jetzt. Du hast nur Angst, gell? Ja, weil ich dich schneiden werde. Schneiden. Verstehst du? Aber wir brauchen langsam echt mal bessere Waffen. So ein 800-fach Raketenwerfer oder so. Oder so ein Planeten, den man werfen kann. Hey, warte mal. Wir haben doch die beste Waffe der Welt. Der Ellie. Ach, wer braucht denn hier schon Heilung? Kenner. Der wandst vielleicht hier. Meine Güte. Wie sie denken, sie können irgendwas. Scheiß Fenster, ja. Das geschieht ja so recht, du hässliches Stück Scheiße. Du weißt du das? Ich werde euch alle. Alle. Aber wirklich verdammt noch mal alle. So ein bisschen pieksen. Bei dem Spiel ist mir einfach nur Bursch im Kopf. Das ist so. Check. Bist du hier? Welche Haut? Du hast keine. Du bist nix. Du bist nix. Ach doch. Hier. Könnt ihr haben. Scheiß Viecher. Eine Explosion. Du bist irre Schnellmerker, du blöd Mann. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Alter. Was machst denn du mit deinem langen Arm da? In der Hose. Ja, schrei. Für mich. So richtig Föhn zersetzt. Ist das gut. Wo ist denn hier der Endgegner? Hä? Ist doch nix. Warum renne ich denn hier lang? Ja, um sie alle zu zerschmeißen. Können mich nur überlegs hier. Nur deswegen. Lad mal nach. Meine Gute. Bitte einfach das Magazin. Dein Eikl. Aua. Das ist der Bäh. Enthülle die Geschichte Pandoras. Langweilig. Da kommt das Koffer. Sie schnitten die Perlmutter in meiner Mama. Schalten und schiebten das Wreck. Um ihre wehmütige Leiche zu verspeisen. Meine Eltern zappelten und wandten sich. Ich habe sie nicht getötet. Ehrlich. Verrückt haben sie mich genannt. Ich bin nicht verraten. Ich bin nicht verraten. Gott. Deine Hände. Was wolltest du jetzt beweisen? Alter. Ja, ich mache eure komischen Stadion kaputt. Ey, weißt du was? Ich schieße dir voll ins Gesicht. Verstehst du das? Sollte es mal treffen. So wie ich. Ah. Einfach. Das haben die selbst auf den anderen Planeten gehört, wie ich den zerstört habe. Das ist ja nur die Wahrheit. Verstehst du das? Pass mal auf, wir laufen hier sinnlos eh mal im Kreis. Mach mal die Elfriede hier. Was ist denn das? Hm. Äh. Äh. Nur Müll. Nur Müll. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Der will es wissen. Okay. Na dann komm. Komm, mein Kuro. Ich hab noch ein Nass im Ärmel. Äh. Ja, das hast du nun davor. Ah. Ja. Ah. Ja. 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 interanstaltate. Da ist nichts, Mann. Gib mir das scheiße Eridium, du Pisse. Geld. Jetzt wenn man es hier ahnt, du blöd Mann. Hallo, ich habe ganz viel Munition für Sie. Und dann noch hier, ganz da. Damit kein einziges scheiß Atom von dir übrig bleibt. Schön zerschmiert. Jetzt kommt der Endgegner. Fahren wir hoch oder runter? Hoch, wa? Nee, wir sind eh mal im Kreis gehüpft. Aber hier oben wird eine Truhe sein. Pass mal auf, dass da oben was versteckt war. Wenig. Dann lösche ich das Spiel von Steam. Das könnt ihr wissen. Wehe, jetzt ist hier keine Belohnung. Der Rug Cave. Doch, da. Och, Handy. Ich mache das jetzt aus. Jetzt ist hier nämlich Schluss. Ich behalte die Waffe. Ich behalte die Waffe. Ladmann auch, meine Gute? Jetzt kommt ja nämlich ein Rackboss. Bin ich mir sicher. Die Kiste soll nur wieder locken. Wo bist du denn? Da? Rackmann. Der kann doch nix. Was soll denn das sein? Was soll denn das sein? Also, ich habe gedacht, hier kommt ein Boss oder sowas. Verstehst du? Verstehst du? Derweil kommt hier irgend so ein komischer Deformierter. Der denkt, mit seinem Mickenschwarm kann er jetzt hier irgendwas darstellen. Was soll denn das darstellen? Probier's einfach mal aus. Ja. Ich probier's einfach mal aus. Zeig mal, ja. Schieß die kleine Kackeködel, wie ich das sehe hier. Von der Hasen. Das ist ne Kackewaffe. Guck mal. Hier, pass auf. Äh. Oh, ey. Was soll denn das sein? Explodiert beim Lachladen wie eine Granate. Ja, ich weiß. So ne ganz kleine Explosion, als wenn du ne Knallerbse an den Gegner schmeißt. Da ist doch nix. Wir probieren's mal, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas kann. Die wird doch hier auch fest sparen, oder? Denk ich mal. Naja. Müll. Oh, die hat Kartenorgasmus gekriegt. Das kann ich verstehen. Den. Mal drei. Äh. Warte mal. Gib mal her. Ja, aber pass mal auf. Wir müssen die Genauigkeit testen. Wir nehmen mal die Lampe. Das kannst du vergessen. Das ist wie ne Shotgun. Das ist nix für mich. Bei Schuttis bin ich raus hier bei dem Spiel. Verstehst du das? Schuttis sind in dem Spiel Müll. In meinen Augen. Was ist denn das? Da wird da so ne komische Schwuchtelfarbe. Da ist doch nix. Die Skins sind fast alle langweilig, die man so findet. Ne, fürs Aldo und den ganzen Quatsch hier. Gut, dann haben wir das. Wir schließen die mal noch ab. Ja, aber wo denn? Ganz einfach. Da. Wir sind zurück. Du Bisse. Komm, wir gehen nach Sanktuharri. Also, der komische Heul-Scooter. Der ist ja so langweilig. Ich mag den überhaupt nicht. Der ist doch nix. Na, ich lass mal die Waffe. Achtung, Achtung, holen sie sich die neueste Ausgabe von Achtung, Eil-Meldung. Da kannst du noch zehnmal Achtung in dem Satz sagen. Du Blödmann. Das macht's auch nicht toller. Deine komische Mickey-Maus-Zeitung da. Grat. Verdammte Ratten, Mann! Ich war so knapp davor, mein Rohr bei ihr zu verlegen. Und rauszufinden, wie Rohr verlegen geht. Du, definitiv nein. Was ist denn das hier? Die historische Freiheit. Mach mal. Ich will ein Liebesgedicht für eine Braut schreiben. Daisy. Aber ich brauche Inspiration. Etwas, damit ich in Fahrt komme. Damit sie in Fahrt kommt. Sex durch Poesie. Verstehst du? Nimm die Kamera und fotografiere ein paar interessante Motive, die ich in meinem Gedicht verwenden kann. Okay? Ist der Junge noch verzweifelt. Alter, wie nötig hast denn du es? Habt ihr kein Bordell oder was, wenn du es absolut nicht gebacken kriegst? Was ist denn mit dem? Oh, und bring auch ein paar Pornohefte mit. Schadet nie eine Alternative zu haben. Ich hab dir da erst welche gebracht. Was ist denn mit dir, Junge? Ich kapier's nicht. Ich kapier den nicht. Also. Ne. Was ist denn mit dem Mann? Der hat doch noch nie eine Frau nackt gesehen, oder? In echt jetzt meine ich. Was ist denn mit dem? Hat er jemals eine Brust angefasst? Alter, sehr wärmlich, Junge. Was soll denn das? Oh, wir sind schon bei 45 Minuten. Ist das eine versteckte Kammer? Einfach in der Kanalisation? Hab ich das gerade aus dem Augenwinkel nämlich gesehen. Gut, wir haben die Kammer gefunden. Wir können aufhören. Und das Spiel ist durchgespielt. Hier ist er. Ich bin so gut. So, bevor wir aber aufhören, die Folge beenden, muss ich was überprüfen. Und zwar, ob mein Zielfernrohner richtig funktioniert. Weil ich stehe dazu, dass es ficken geil ist. So. Ja, es macht echt das Spaß, das Spiel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Can´s für mich, kleine Moximeilf? Warum hast denn du da nicht den Skeg gefressen, Blödmann? Können wir hier was upgraden? Alter. Halt die Fresse, du stinkende Mumie. Was ist denn mit dir? Wir können nichts kaufen. Na, Raketen ist doch Müll. Die alte Mutti, gell? Safe. Komm, geh mal weg. Euer Sniper können wir nur noch einmal offleveln. Und was machst du denn dann nachher mit dem Iridium? Das hast du ja trotzdem irgendwann hier alles aufgelevelt. Nichts mehr. Das hast du dann einfach. Das ist ja doof. Ja, keine Ahnung. Die blöde Leiche hier kann ja eh nichts. Ja, guck mich an. Ich muss nicht wieder blicken. Doch, du wirst mich noch oft genug sehen. Hä. Aber weißt du was? Egal, wie viel Iridium du von mir nimmst. Wenn ich mit dir durch bin, werde ich zu viel Iridium haben. Da bist du einfach nur so ein dreckiger, vollgekoteter Lappen, der da irgendwo rumliegt. Das kannst du wissen. Gut. Na dann besorg mal den blöden Scooter mal wieder sein Druckventil in der nächsten Folge. Aller sehr erbärmlich. Ey, das ist richtig schlimm. Die Figur. Gell? Oh. Das sind keine Sterne. Das sind leuchtende Cornflakes. Guck dir mal die Form an. Nö, das sind Schneeflocken, die einfach heimgeblieben sind in der Atmosphäre. Siehst du das? Das ist die Macht von der Elsa. Aufnahme Ende. Verstehst du, Junge? Aufnahme Ende.